Hallo liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zur Monatsvorschau für den November 2022. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam den Nachthimmel an und was es dort Schönes zu beobachten gibt. Wie immer legen wir dabei eher den Wert darauf, Konstellationen zu zeigen, die schon mit dem bloßen Auge gut sichtbar sind und auch Objekte vorzustellen, die mit dem bloßen Auge bzw. mit dem Fernglas gut erreichbar sind. Weniger für teleskopische Beobachtungen. Natürlich könnt ihr die Objekte und auch natürlich die Planeten mit eurem Teleskop genauso gut oder auch besser beobachten. Ja, wir starten jetzt wieder rein mit der Software Stellarium, die ihr euch auch kostenlos herunterladen könnt und eine schöne Möglichkeit bietet, den Sternenhimmel auf dem PC darzustellen. Jetzt am 1. des Monats stellen wir jetzt schon mal fest, es ist schon sehr früh dunkel. Also bereits um 18.45 Uhr ist die astronomische Dämmerung zu Ende und es ist dunkle Nacht. Da hilft uns auch die Zeitumstellung, die wir jetzt gerade hinter uns haben. Und jetzt können wir eigentlich ja sehr lange beobachten und vor allen Dingen auch schon relativ früh am Abend. Das heißt, das ist auch gut geeignet, wenn es unter der Woche mal klar ist und wir die Möglichkeit haben, ja auch zu einem Arbeitstag mal eine Beobachtung durchzuführen, ohne am nächsten Tag ja total übermüdet in der Arbeit aufschlagen zu müssen. Ich möchte kurz einen Blick an den Sternenhimmel werfen. Am Beginn der Nacht, jetzt hier 19 Uhr am 1. sehen wir, dass ein Teil der Sommersternbilder noch sichtbar sind. Vor allen Dingen der Schwan steht noch recht hoch, also hier könnt ihr auch immer noch beobachten. Aber eigentlich ist das dominierende Sternbild der große Pegasus angeschlossen, die Andromeda mit der entsprechenden Galaxie. Das sind so die Sternbilder, die den Anfang der Nacht ausmachen. Und wenn man mal ein bisschen weiter geht, so Richtung Mitte der Nacht, erkennen wir bereits, ja, dass die Cassiopeia direkt über uns im Zenit steht und hier Perseus und auch der Stier schon prominent am Nachthimmel sichtbar sind. Ja, in die Richtung Perseus-Stier möchte ich dann später kommen, wenn es um die Deep-Sky-Objekte geht. Aber jetzt zum Anfang wollen wir uns erstmal, ja, die Planeten bzw. die Begegnungen des Mondes mit den Planeten anschauen. Wir fangen gleich am 1.11. an. Da wird der zunehmende, ja, Halbmond direkt unterhalb vom Saturn stehen. Das ist auch wieder eine gute Gelegenheit, hier nochmal einen Blick eben auf den Saturn zu werfen, der in diesem Monat ja noch einigermaßen gut am, ja, Nachtanfang zu beobachten sein wird, aber dann sich langsam, ja, von der Himmelsbühne verabschiedet. Das Ringsystem des Saturn, das ihn zum einen, ja, der schönsten Planeten im Sonnensystem macht, könnt ihr leider erst im Teleskop erkennen, aber da reicht sozusagen das kleinste Teleskop, das es, ja, gibt, aus, um den überhaupt auflösen zu können. Also ihr braucht hier die Vergrößerung mit dem Fernglas, erkennt man den Ring leider noch nicht. Also diesen Monat nochmal eine Gelegenheit, den Saturn am Abendhimmel zu beobachten. Wartet nicht zu lang, da, ja, der Saturn bereits um 23.30 Uhr untergegangen ist am Anfang des Monats und Ende des Monats schon um 21.45 Uhr. Also sobald es dunkel ist, einfach mal Richtung Saturn das Teleskop ausrichten und am 1.11. steht, wie gesagt, der zunehmende Halbmond direkt unterhalb des Saturns, dann ist er wirklich leicht zu finden, auch schon in der Dämmerung. Zwei Tage später, am 4.11. befindet sich dann der Mond unterhalb vom Jupiter. Der Jupiter benötigt den Mond normalerweise ja nicht als Aufsuchhilfe, da er das hellste Gestirn neben dem Mond aktuell am Abendhimmel ist. Beim Jupiter ist natürlich immer ganz spannend, der Tanz der galiläischen Monde, also die vier Monde Io, Europa, Ganymede und Callisto zu beobachten, wie sie sich eben ja um den Jupiter bewegen und jeden Tag eine andere Position einnehmen. Wie ihr jetzt hier seht zum Beispiel, befindet sich Europa hinter dem Jupiter und taucht dann wieder auf eine Stunde später und ja, so verändern sich eben diese Konstellationen der Jupiter-Monde und bieten da auch die Möglichkeit, aufgrund ihrer Helligkeit, dass ihr das auch im Fernglas schon so beobachten könnt. Den Jupiter selber mit Oberflächendetails, dafür braucht ihr wie immer ein Teleskop. Wir folgen unserem Freund Mond weiter und zwar am 8. begegnet er dem Uranus. Bei uns ist das leider nur eine sehr, ja sage ich jetzt mal weit entfernte Begegnung. Hier haben wir den Uranus und jetzt, wenn ich den Mond hier mit ins Gesichtsfeld bringe, dann wird er so stark abgedunkelt. Das macht Stellarium so aus, ja sage ich jetzt mal Kontrastgründen. Wenn ihr euch zum Beispiel in Japan durch Zufall aufhalten sollte, dort wird am 8. zu Vollmond eine totale Mondfinsternis stattfinden und der Uranus wird gleichzeitig während der maximalen Verfinsterung vom verfinsterten Mond bedeckt. Also ein wirklich außergewöhnliches Ereignis, das leider bei uns hier in Deutschland nicht sichtbar sein wird. Aber wie gesagt, in Japan zum Beispiel ist das zu sehen und vielleicht ist ja der ein oder andere durch Zufall gerade dort in der Gegend. Dann springen wir weiter zum 10. des Monats bzw. dann zum 11. Ihr seht, da befindet sich der Mond in der Nähe vom roten Planeten Mars. Der Mars steht im Sternbild Stier und ist jetzt eigentlich ja optimal zu beobachten. Im Dezember wird er seine Opposition erreichen, das heißt dann ja uns am nächsten stehen, aber jetzt bereits im November ist der Mars schon ja um 19 Uhr aufgegangen und um 3 Uhr steht er am höchsten mit 64 Grad Höhe, also wirklich richtig steil am Himmel und kann dort optimal beobachtet werden. Im Vergleich zu den vergangenen Oppositionen wird das Planetenscheibchen allerdings relativ klein sein, zwischen 15 und 17 Bogensekunden in diesem Monat. Das ist nicht sehr viel. Ungefähr vergleichbar mit dem Saturn-Durchmesser, also ohne die Ringe natürlich. Allerdings bei den vergangenen Oppositionen, wo wir 25 Bogensekunden erreicht haben, stand der Mars bei uns auf der Nordhalbkugel sehr tief, ungefähr 20 Grad nur maximal über dem Horizont. Jetzt mit 64 ist er deutlich besser zu beobachten, weil wir einfach nicht durch so viele Luftverwirbelungen und Luftschichten hindurch schauen müssen. Also Marsbeobachtung im Teleskop ist auf jeden Fall jetzt die heiße Phase angebrochen. Zusätzlich bildet der Mars natürlich eine schöne Gelegenheit bzw. einen schönen Farbtupfer hier im Sternbildstier und eignet sich da auch hervorragend für Weitfeldaufnahmen mit 50 mm Brennweite zum Beispiel, wenn ihr das ganze Sternbildstier mal aufnehmen möchtet. Was ich nicht verschweigen will, am 18.11. ist das Leoniden-Maximum. Die Leoniden sind vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff von den großen Ausbrüchen des Meteorstroms Anfang der 2000er Jahre. Davon sind wir jetzt leider weit entfernt, also die maximale Fallrate wird mit 15 angegeben. Davon werden deutlich weniger Sternschnuppen sichtbar sein, vielleicht gerade mal die Hälfte, weil der Mond eben noch stört und das Sternbild Löwe, aus dem die Leoniden zu kommen scheinen, auch erst in der zweiten Nachthälfte sichtbar sind. Aber wer sich in der zweiten Nachthälfte vom 18.11. ein bisschen versuchen möchte, Leoniden-Meteore zu sehen, kann das natürlich gerne tun. Die Bedingungen sind allerdings nicht optimal und der Meteorstrom ist alles andere als stark zurzeit. Jetzt möchte ich euch noch vier Deep-Sky-Objekte vorstellen. Das sind alles vier Sternhaufen, die ihr sehr gut jetzt im November beobachten könnt. Ich bin auf den 23. gesprungen, das ist der Termin für den Neumond. Da ist also die ganze Nacht über der Mond nicht am Himmel zugegen und ihr könnt optimal beobachten. Als erstes Objekt beginnen wir hier im Zenit, deswegen dreht sich auch das Stellarium jetzt hier so merkwürdig, und zwar unterhalb von der Cassiopeia, ich drehe das mal wieder ein bisschen so, hier unterhalb von der Cassiopeia, also das Himmelsweh, das ja eigentlich ein sehr markantes Sternbild ist, hier unterhalb zwischen Perseus und Cassiopeia, schon zum Sternbild Perseus gehörend, sehen wir eine kleine Aufhellung in der Milchstraße, bereits mit bloßem Auge, und dort befindet sich der Doppelsternhaufen H und hier Persi, ich muss das jetzt hier bloß ein bisschen drehen, und dann können wir etwas weiter hineinzoomen. Der ist, wie gesagt, bereits mit bloßem Auge als kleine Aufhellung zu erkennen, und im Fernglas erkennt man schon, dass es zwei helle Knubbel sind, sozusagen, wie wir hier in der Milchstraße sehen. Einzelsterne mit Fernglas wird schwierig, dafür braucht ihr ein Teleskop. Ein Teleskop ist das eines der beeindruckendsten Objekte, die es am Nachthimmel zu sehen gibt. Der Sternhaufen ist ungefähr 7000 Lichtjahre von uns entfernt, und ist noch sehr jung, mit ungefähr 15 Millionen Jahren Alter. Deswegen gibt es dort drin auch noch viele heiße, blau leuchtende Sterne, die recht massereich sind, und die geben dem halt, ja, so ein ganz strahlendes Aussehen. Das Ganze könnt ihr auch fotografisch festhalten, allerdings, ja, dann eher mit Teleskop, weniger mit Teleobjektiv, also so 400 Millimeter Brennweite sollte es schon mindestens sein, eher aufwärts. Die Aufnahme, die ich euch gerade mitzeige, im Hintergrund, ist mit 800 Millimeter Brennweite aufgenommen, ist allerdings auch ein Crop, also vielleicht, ja, wenn ihr einen Micro Four Thirds Sensor habt, da würde das ungefähr dem Feld mit 800 Millimeter, ja, Brennweite entsprechen. Wir bleiben im Sternbild Persois, das wir jetzt ja hier quasi schon identifiziert haben. Wir gehen einfach von unseren H- und H-Persii Richtung Süden, beziehungsweise Richtung Horizont, und dann kommen wir hier zu einer Sternansammlung um den hellsten Stern im Persois, um den Mirfag. Hier, diese Ansammlung bildet auch einen entsprechenden Sternhaufen, der Melodef 20 genannt wird, oder Melo, oder wie auch immer man den Herrn ausspricht. Ja, das ist ein englischer Astronom, der ursprünglich aus Belgien stammt, also vielleicht eher Melo oder so, aber wer sich da auskennt, kann mich da gerne in den Kommentaren korrigieren. Dieser Sternhaufen liegt uns deutlich näher als H- und H-Persii, ist nur ungefähr 500 Lichtjahre von uns entfernt, und daher nimmt er einen viel größeren Bereich am Nachthimmel ein und kann deswegen auch mit dem bloßen Auge schon als Sternhaufen erkannt werden, beziehungsweise als auffällige Häufung von recht hellen Sternen. Und hier eignet sich halt ein recht niedrig Vergrößenden des Fernglas wunderbar, um halt etwas mehr Sterne darstellen zu können, aber immer noch den Haufencharakter zu erhalten. Und da ist das wirklich ein tolles Objekt, das vielleicht auch gar nicht mal so häufig bewusst beobachtet wird. Der Sternhaufen ist schon etwas älter, wie man schätzt auch so um die 50 bis 80 Millionen Jahre im Vergleich zu H- und H-Persii. Gut, dann Sternhaufen Nummer 3 im Bunde, wie könnte es anders sein? Wir gehen weiter Richtung Süden, Richtung Horizont. Hier finden wir beim Sternbild Stier die Pleiaden oder M45 im Messier-Katalog, beziehungsweise auch Siebengestern genannt. Das liegt daran, dass mit dem bloßen Auge sechs bis acht der hellsten Sterne bereits gesehen werden können. Ja, die Form erinnert ein bisschen an den kleinen beziehungsweise großen Wagen, hat natürlich mit den beiden Sternbildern beziehungsweise Asterismen nichts zu tun. Mit bloßem Auge ist das auch schon richtig auffällig, das Objekt. Und wenn wir jetzt ein Fernglas zur Hilfe nehmen, dann hat man den Sternhaufen im 10x50 wirklich gesichtsfeldfüllend im Fernglas drin und kann halt wirklich diese hellen, weißen, bläulich leuchtenden Sterne bewundern. Der ist ähnlich alt wie unser Melo 20, ungefähr 100 Millionen Jahre und liegt auch in unserer Nähe ungefähr 420 Lichtjahre von uns entfernt. Also ihr seht, er ist deutlich kompakter als der vorher genannte Melo 20. Besonders eindrucksvoll bei den Pleiaden sind auch Fotografien, wie ich euch jetzt auch einen im Hintergrund zeige, diese wunderbaren blauen Reflexionsnebel, die wir hier sehen können. Die sind aber hauptsächlich dem fotografischen Beobachter vorbehalten. Im Fernglas werdet ihr da eigentlich nichts davon sehen, die sind sehr schwach. Im Teleskop sind die schon zugänglich, allerdings erfordert es etwas Beobachtungserfahrung und einen sehr dunklen Nachthimmel. Aber auch so sind die Pleiaden in jedem Instrument wirklich ein ganz tolles Objekt, das sich lohnt, am Winterhimmel jetzt zu beobachten und anzusteuern. Und dann unser letzter Sternhaufen im Bunde sind die Hyaden. Die befinden sich gleich unterhalb der Pleiaden, scheinen sich um den hellen Stern Aldebaran im Stier zu gruppieren. Ihr seht von der Charakteristik dann auch eher zu dem Melode 20 zugehörend, also ein sehr ausgedehntes Sternenfeld, liegt daran, dass die Hyaden uns am nächsten liegen von allen anderen Sternhaufen. Also der Sternhaufen ist nur 150 Lichtjahre von uns entfernt, enthält etwas über 300 Sterne und ist auch der älteste im Bunde mit ungefähr 600 Millionen Jahren Alter. Hier, das ist eigentlich auch eine ganz spannende Region, also die Region hier um das Auge vom Stier, beziehungsweise auch diese ganze Region, Perseus-Stier, wenn ihr mit 50 mm oder 35 mm Brennweite beide Sternbilder miteinander aufnehmen könnt, dann habt ihr da auch viele Dunkelwolken und auch viele Emissionsnebel, zum Beispiel den California-Nebel, der sich hier im Perseus befindet, der visuell schwierig ist, aber auf Fotografien immer richtig gut ausschaut. Hier blende ich euch auch mal eine Übersichtsaufnahme ein von der Gegend. Also da gibt es viele Möglichkeiten, euch auszutoben mit 50 mm, 35 mm und einem kleinen Star Tracker zum Beispiel. Ganz wunderbar macht sich natürlich jetzt auch der Mars zusätzlich noch als Tiefroder, in Anführungszeichen Stern, hier mit im Bildfeld. Also das ist sozusagen mein fotografischer Tipp, diese Region ist richtig spannend, auch für geringe Brennweiden und dafür auch gut geeignet. Ja, damit möchte ich sozusagen die Monatsvorschau für November abschließen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Beobachtungen und vor allen Dingen Clear Skies.